Aber ich glaube, ich kann die Stage nochmal so auswählen. Ja, das geht. Aber ich habe keine Stufe jetzt. Wie, jetzt mit einem Schlag? Ernsthaft? Was soll ich denn dagegen machen? Also gut, dann richtet euch schon mal drauf ein, dass ich sterben werde. Mehr als einmal. Ich stehe rüber da. Ach, der macht die ganze Ebene kaputt. Ach, du Schreck. Oh, Schreck, lass nach. Okay. Nicht treffen lassen, immer ausweichen. Ich glaube, ich muss mir das Muster einfach einprägen, wie die ganzen Ebenen kommen. Jetzt rüber. Okay, immer wenn eine Ebene kommt, schnell wechseln. Alter Falter. So schnell kann man das gar nicht. Ach gut, kann man schon. Weil ich denke mal, die Entwickler haben das schon ausprobiert. Getestet zumindest. Alter Schwede. Egal, nochmal. Ich gebe einen Luft oder so. Mal, wenn er gerade weggehüpftet ist, mache ich am besten. Wow, was geht ab? Was geht ab? Alter. Geile Scheiße. Was macht der da? Oh, das geht ab, Alter. Wow. Alter. Zack, 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 rechts, links, Combo. Rechts, links, Haken, unten. Ei, ei, ei. Ein sehr guter Bonus, den wir hier gekriegt haben. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Alter, das ist geil. Da dürfen wir. Ja, mehr Schaden. Das ist gut. Weiß ich noch nicht. Wo soll ich denn hier ausweichen können? Oder ich muss die, äh, starke Attacke benutzen. Ich kann es mal mit diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Rakete oder sowas? Mit den Kamehameha greife ich mal an. Nein, 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 nein. Aber gefällt mir trotzdem. Auch wenn ich nicht lange durchhalte. Man kann es aber, ich werde es nicht unbedingt sehen, wenn wir ein bisschen vorskippen oder so. Aber ich werde es schaffen, definitiv. Ich werde es überleben. Perfekt, ich habe es jetzt schon geschafft. Es gibt mehr Schaden, glaube ich, hoffe ich. Oh! Okay, wunderbar. Darf ich den eigentlich irgendwie wegzuschießen? Probier es mal so. Ach, Tatsache, es geht. Okay, wunderbar. Äh. Ich habe ihn weggeschossen, ich muss sofort wieder aufladen. Puh. Sack, so Schritt für Schritt merke ich es mir und dann schaffen wir es. Mit der epischen Musik hier. Huah. 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 Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon schießen kann mit der Waffe. Wäre möglich. Beispiel, wenn er jetzt, äh, genau, wenn er kommt links oben. Feuer. Und aufladen. Und aufladen. Warte, schon ein bisschen Satcheln. Okay, jetzt fliegt er wieder weg. Ja, wie schnell soll ich denn da sein? Das ist ein Level 4 Herausforderung. Okay, das müsste von der Zeit her, ne, einen mache ich noch. Einer müsste noch drin sein. Und wenn nicht, dann ist halt einer, ein Part müssen länger. Ja, komm. Rüber. Huah. Voll heavy. Huah. Ich find's cool. Hallo, es kommt schon. Ach, ich, ich tu die Bruchstücke aufsammeln. Jetzt seh ich's erstmal, was da passiert. Wie gemein. Ich hab ihn, glaub ich, drei oder viermal getroffen. Dann muss ich wieder ausweichen. Voll gemein, sich's so zu merken. Fast schon wie so ein, äh, Skip-Event oder... Sammle dir die Bruchstücke ein. So, dann kann man Endless-Mode auch Tiereschlange machen, so. In dem Modus. Dass man die ganzen, äh, Dinge man sich sammelt. So, jetzt noch einmal, glaub ich. Genau, jetzt schnell wechseln, wenn sie kommt. Da. Wieder wechseln. Ich glaub, ich muss jetzt immer wechseln, wenn sie kommt. Ach, mal, wenn eine Pfeil kommt. Ach so. Nein, Mann. Ich hab's gut durchgehalten. Da. Krieg ich immer so einen Reiz, weiterzumachen, aber irgendwann muss ich die Folge auch beenden und schneiden. Sagt die Zeit? Okay, eine Runde noch. Eine einzige. Danach bestimmt noch mal drei. Nein. Huch, ich bin so zerspieglittert. Ah. Vor allem, wie heißt der Gegner? Krieg mal auch nirgendwo raus. Schnell rüber. Der deckt ein Feuer rauf. Wow. Ich zieh den so wenig ab. Der Kampf muss ja ewig dauern. Komm her, komm her, komm her, komm her. Aufladen. Mehr. Ich versuche noch ein bisschen Schaden zu machen. Okay, schnell wechseln. Ach, ich hab jetzt zweimal gedrückt. Neun. Weißt du was? Nochmal. Ich bin voll geflasht gerade. Merkt man vielleicht gar nicht. Nein, drüber. Oh, puh. Krapu. Huah. 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 Gib mir nicht mehr Bruchstücke. Feuer frei. Feuer. Und laden. Feuer. Und Feuer. Laden. Okay, ausweichen. Hoch. Links. Rechts. Rechts. Hoch. Ich muss das mitsprechen, sonst seh ich's nicht. Rechts. Wo kommt die nächste? Ich seh keine nächste Ebene. Da hinten kommt er. Rechts und rechts. Huah. Was geht? was kommt da für ein fetter Laser raus, ey? Puh. Alter Falter Das hat's in sich Dann sag ich erstmal hier vielen Dank fürs Zuschauen Ich werd mich dann in den nächsten Part Denk ich mal mal gucken, ob ich noch ein paar Mal Dosode spiele oder direkt schon den Final Lauf Mal sehen, auf jeden Fall hier erstmal Vielen Dank fürs Zuschauen, ich glaube euch hat's Auch so gefallen wie mir, beziehungsweise ich hoffe es Also ich find's episch Gerade Was da alles kommt, Alter Okay, dann vielen Dank und auf Wiedersehen